Augusta, Sizilien Augusta ist eine Stadt in der Provinz Syrakus an der Südaustküste von Sizilien. Hintergrund Nachdem wohl schon zuvor eine Siedlung auf der der Küste vorgelagerten Halbinsel bestanden hatte, wurde die Stadt Augusta im Jahre 1232 unter Friedrich II. von Hohenstaufen gegründet und ein Kastell erbaut. Nach dem Tod des letzten Stauferkönigs ging die Herrschaft an die Angiovina über, nach den Kämpfen des sizilianischen Vesper um die Vorherrschaft über Sizilien wurde auf dem Kastell die Fahne des Hauses Aragons gehisst. Augusta ging als Lehn an die Familie Moncada, im Kampf gegen einen Versuch einer türkischen Invasion wurden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Festungsbauwerke verstärkt. Viele der Gebäude des Stadtzentrums wurden beim Erdbeben von 1693 mit Epizentrum im Waldinoto schwer beschädigt und mussten neu errichtet werden. Neben der Bedeutung als Hafenstadt wurden 1918 ein Luftschiff-Hangar und ein Landeplatz für Wasserflugzeuge eingerichtet. 1943 war die Stadt zielalliierter Bombardements und Landeoperationen. Eine enorme Veränderung ergab sich in der durch Fischerei und Landwirtschaft geprägten Region durch die Ansiedlung der ersten Erdöl-Raffinerie im Jahre 1949. Die Auswirkungen der Ansiedlung der petrochemischen Industrie hat die Küstenregion um Augusta nachhaltig verändert. Geschichte von historischer Bedeutung ist die von Syrakus aus um 728 v. Chr. gegründete griechische Kolonie von Megara Hyblea, deren Ruinen im Süden der heutigen Stadt als grüne Oase zwischen verschiedenen Industrieanlagen liegen. Unter dem Tyrannen Gelo wurde die Stadt 481 v. Chr. zerstört, aber wieder besiedelt. Zur definitiven Zerstörung von Megara Hyblea kam es durch die Römer im Zweiten Punischen Krieg um 213 v. Chr. Mit dem Flugzeug der nächstgelegene Flughafen ist in Catania, von dem täglich mehrfach Busverbindungen nach Augusta geführt werden. Mit der Bahn die Bahnstation Augusta der Linie Catania, Syrakusa der Trenitalia liegt auf dem Festland, unweit der Altstadt. Mit dem Bus-Bus-Verbindungen bestehen und andere durch die Autorlinie Scionti nach Catania direkt und über Lentini, und durch die Ast in Richtung Syrakus. Auf der Straße von der Autobahn Catania, Syrakus ist Augusta über die Alszubringer erreichbar. Zur Insel mit der Altstadt führen zwei Brücken, die Alte Brücke, welche durch die Porta Spaniola führt und das moderne Viadotto Federico II di Svevia weiter östlich. Mit dem Schiff Augusta verfügt über einen Kriegs-, Handels- und auch Jachthafen. Fährverbindungen nach Salerno und Malta stehen bisher nur für den Warenverkehr zur Verfügung. Mobilität von der Ast wird ein Stadtbusnetz in Augusta unterhalten. Straßen und Plätze der Hauptzugang auf die Altstadt auf der seit dem 16. Jahrhundert vom Festland abgetrennten Insel erfolgt über die Brücke zur Porta Spaniola. Die Via Giovanni Lavaggi führt vorbei am Stauferkastel und biegt beim Hafen nach Osten in die Via Garibaldi ein. Der Corso Umberto I führt entlang an der Chiesa Madre längst durch die Altstadt bis nach Süden. Kirchen und sakrale Bauten Die an der Piazza Duomo wurde 1680-90 erbaut und musste nach dem Erdbeben von 1693 neu aufgebaut werden. Nach weiteren Beschädigungen in den Erdbeben von 1848 und 1990 wurde die Kirche nach der letzten Restaurierung im Dezember 2000 wieder ihrer Bestimmung übergeben. Die wurde auf Ruinen eines Baus aus dem 14. J.D.T. Nach 1693 im Barockstil wieder aufgebaut, nach erneuten Beschädigungen im Erdbeben von 1990 wird die Kirche seit 2009 restauriert. Die mit dem anschließenden Konvent musste nach Zerstörung durch die Belagerung durch die Türken 1551 und nach dem Erdbeben von 1693 neu aufgebaut werden. Im Erdbeben von 1990 nahm die Kirche erneut Schaden und konnte 2007 wieder eröffnet werden. Das Fest zu Ehren des Schutzpatrons der Stadt, dessen Statue in der Kirche steht, wird alljährlich am 24. Mai durchgeführt. Die Einschiffige wurden nach dem Erdbeben von 1693 neu aufgebaut. Nach erneuter Beschädigung durch das Erdbeben von 1990 wurde die Kirche nach langwierigen Restaurationsarbeiten 2009 wieder eröffnet, sehenswert ist und andere ein Altar aus mehrfarbigem Marmor aus dem 18. J.D.T. Die wurde 1565 nach der türkischen Belagerung erbaut und musste nach dem Erdbeben von 1693 neu aufgebaut werden. Nach erneuter Beschädigung im Erdbeben von 1990 wurde die Kirche 2008 nach einer sorgfältigen Restauration neu eröffnet. Mit der Schließung der religiösen Orden wurde das angebaute Karmeliterinnenkonvent dem Staat übergeben, der das Gebäude heute noch als Karabinieri-Kaserne nutzt. Die aus dem 15. J.D.T. wurde ebenfalls nach 1693 im Barockstil wieder aufgebaut und musste nach dem Erdbeben von 1990 renoviert werden. Im Innern finden sich zahlreiche Skulpturen und Gemälde aus dem 18. J.D.T. Die Chiesa delle Grazie wurde 1630-53 erbaut und musste ebenfalls nach dem Erdbeben von 1693 neu errichtet werden. Im Innern findet sich ein Kruzifix aus dem 17. J.D.T. und ein Gemälde der Madonna mit dem Kind. Die wurden nach dem Erdbeben von 1693 neu errichtet, das angebaute Franziskanerkonvent wurde nach 1861 vom Staat übernommen und dient bis heute als Kaserne der Guardia di Finanza. Die wurde 1719 auf den Ruinen eines älteren Gotteshauses erbaut und wurden nach Beschädigungen im Erdbeben von 1990 bis 2002 renoviert, konnte aber noch nicht wieder eröffnet werden. Der eigenartige Rundbau der wurde 1700 errichtet, die einfache Kirche wird heute von den Kapuzinern betreut. Palazzi, Burgen und militärische Anlagen Im Anderpiazza Duomo ist auch das Museo della Piazza Forte Augusta untergebracht, momentan stehen noch Umbauarbeiten an. Die als Stadttor zeugt von der Herrschaft der Bourbonen in Sizilien und wurde 1681 eingeweiht. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die schmale Landbrücke, welche die Halbinsel von Augusta bis dahin mit dem Festland verbunden hatte, durchbrochen, was die Stadt zur Insel werden ließ. Nach Schäden durch das Erdbeben von 1990 wurde das Tor zwischenzeitlich restauriert. Das wurden von den Staufern 1231-42 errichtet, es erlebt Grössireenschaden, als der Nordausturm mit dem Pulvermagazin 1693 explodierte, nachdem beim Erdbeben eine Öllampe einen Brand ausgelöst hatte. Das weitgehend schmucklose Gebäude wurde 1886 bis 1978 als Gefängnis genutzt, Nach dem Erdbeben von 1990 standen Stabilisationsmaßnahmen an. Die runde Festung mit einem Durchmesser von 280 Metern an der Südspitze der Insel wurde 1570 nach den Angriffen der Türken erbaut und schützte über Jahrhunderte die Hafeneinfahrt. Die Festung wurde beim Erdbeben von 1693 stark beschädigt, der Leuchtturm wurde durch einen höheren ersetzt. Die italienische Marine und dann die Hafenmeisterei nutzten das Gebäude bis in die letzten Jahre, nachdem es verlassen wurde, ist die Zukunft ungewiss, die Festung ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Festungen wurden 1557 nach weiteren befürchteten Angriffen der Türken aus Malta im Nordwesten des Hafens auf zwei Felseneilanden erbaut. 1743 dienten die Festungen als Isolationslazarett in der Pest und 1836 in der Choleraepidemie, um 1850 als Marinespital und später als Gefängnis. Die Gebäude würden nach Rückgabe an die Marine als Magazine genutzt und 40-jährigem Verfall der Stadt übergeben, welche mit Restaurationsmaßnahmen begonnen hat, um die Festungen als Wahrzeichen der Stadt zu erhalten. Am Festland wurden 1918 ein enormer Ausstahlbeton errichtet, welcher heute als Zeugnis der italienischen Luftschifffahrt restauriert wird. Gesundheit Das Hospitale Ermuscatello liegt auf dem Festland. Ausflüge besucht es an der Küste im Norden der Stadt im Ortsteil Broccoli. Area Archeologica di Megara Hyblea Die Ruinen der 728 v. Chr. von Syrakus ausgegründeten griechischen Kolonie Megara Hyblea sind im Industriegebiet von Augusta im Festland im Westen zu besichtigen. Anfahrt von der Autobahn Catania, Syrakusa und dann auf der X-114 Syrakusa, Augusta, wovon aus die Ausfahrt zum Parco Archeologico beschildert ist. Sehenswürdigkeiten Beim Eingang befindet sich ein Antiquarium. Aus der archaischen Zeit finden sich auf der Agora noch Reste einer Säulenhalle, eines Port Isius. Gleich im Westen davon finden sich Reste eines Heroons, der Weg nach Westen führt weiter zu einem Tor in den Befestigungen aus hellenistischer Zeit, als die Stadt bereits einen wesentlich kleineren Grundriss hatte. Nördlich des Hauptwegs finden sich Reste eines Tempelchens aus hellenistischer Zeit. Südlich des Hauptwegs liegen die Resten der hellenistischen Thermen. Es folgen die Ruinen des Britannions, in dem Ratsversammlungen abgehalten wurden, Reste eines weiteren Tempels liegen auf der Ostseite des nach Süden führenden Hauptwegs. Ein wesentlich weiterer westlich noch erkennbarer Befestigungsring stammt aus archaischer Zeit. Nur noch Spuren zeugen von zwei Tempeln aus der archaischen Zeit. Weiter westlich der archaischen Ringmauer existieren Spuren einer Nekropole, eine weitere wurde südlich außerhalb der Stadtmauer entdeckt. Spuren, 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 Spuren